Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Der BVB hat ja am Montagabend das Tesp gegen den FC Valencia mit 1 zu 3 verloren. Allerdings rückte er dann gestern Abend das Sportliche bei den Schwarz-Gelben deutlich in den Hintergrund. Der Klub machte ja eine Nierschotten-Diagnose öffentlich. Sebastian Allaire fährt mit einem Tumor am Hoden auf unbestimmte Zeit aus. Wir sind natürlich alle im Schockzustand. Unsere Gedanken sind bei Sebastian und seiner Familie. Das Wichtigste ist jetzt, dass er wieder gesund wird, zitiert die Süddeutsche Zeitung Hans-Joachim Watzke. Der Geschäftsführer und die weiteren Verantwortlichen müssen natürlich auch bald entscheiden, ob für Allaire noch Ersatz nach Dortmund kommen muss. Dafür ist aber aktuell noch deutlich zu früh. Denn im Fokus steht logischerweise erstmal alleine, dass der Neuzugang von Ajax die bestmögliche Unterstützung des BVBs auch erhält. Und die hat ihm Sebastian Kehl auch zugesichert. Wir werden alles unserer Machtstände dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt, erklärt der Sportdirektor. Allaire hat das Trainingslager von Bad Ragaz in der Schweiz bereits verlassen und ist nach Dortmund zurückgekehrt. Und für die kommenden Tage sind im Vernehmen nach weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum vorgesehen. Der BVB, und auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig, bittet derweil die Privatsphäre von Allaire in dieser schwierigen Zeit zu wahren. Sobald uns weitere Erkenntnisse vorliegen, wenn wir in Absprache mit dem Spieler darüber informieren, lässt der Klub wissen. In dem Sinne natürlich auch eine wirklich herzliche und gute Besserung an Sebastian Allaire, dass das natürlich auch im besten Falle wieder geregelt wird. Eure Meinung generell mal gerne zu der Thematik in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.